so hallo liebe freunde der natur heute sind wir hier im schönen tschechischen unterwegs im erzgebirge in der nähe von oberwiesenthal also gottes gab kupferberg eine schöne wanderung gemacht haben sogar ein gipfelkreuz gehabt 996 meter hoch fast 1000 und was macht man nicht alles wenn die kinder keine lust mehr haben zum wandern wenn es anstrengend wird wenn es langweilig ist das zeige ich euch heute mal in diesem kleinen video nichts spektakuläres die eigentlichen abenteuer kommen noch hier in dem urlaub unter tage im berg drin und so weiter seid also gespannt bis gleich so 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 Hallo meine lieben Freunde, ich habe mich ja gerade eingebrüllt, also hier ist wirklich wie im Bett. Es ist zwar hier in Deutschland und in der Tschechei, wir sind in der Tschechei in Urlaub und jetzt sind wir gerade in Deutschland. Ja, Luke kommt raus, du hast geboren. Und das Like und Abo. Ja komm, werd mal geboren. Der Kopf guckt schon. So jetzt, ah, der Luke. Das ist nämlich eine kleine Höhle. Hier geht es rein, wo ich filme und jetzt gucke ich mal, wo der Ausgang ist. Hier ist der Ausgang. Mal sehen, wann sie rauskommen. Mein lieben Freunde, rettet mich. Rettet mich. Ja. Liebe Freunde, der Natur. Ah, Hilfe. Hallo Raphael, ich mache heute einen Parcours. Das wollte ich halt für dich machen. Und ja, ich habe schon angefangen, aber ist jetzt noch nicht so schlimm. Der Parcours geht so, du musst mit einer Hand weg tun, so machen, mit der anderen so, mit beiden. Und dann musst du eigentlich immer nur so weitermachen. Das ist ja in der Tschechei, weil wir sind in Urlaub. Gerade. Ich bin jetzt auch nicht der Beste. Nicht so schlimm. Ach, guck mal, was die Dana macht. Der hat sich ein... Ja. Meine Füße sind halt nass, deswegen ist es rutschig, weil wir gerade im Moor waren. Und das war... Der kann ich aber nicht mal weiterhauen. Ich mach den jetzt auch noch den Parcours. Ja, gut. Ist es hier schön. Schöner Herbst. Ja, die Bäume sind nur schon ein bisschen hochgewachsen. Den großen Rundblick, Fernblick hat man nicht mehr. So, jetzt bin ich noch mal ein bisschen weg vom Gipfel und... Hier sind die Bäume nicht ganz so hoch. Ach, ist das schön. Wir sind um. Ist das nicht herrlich? Das hier ist das Erzgebirge. Na, jetzt habe ich doch noch hier am Gipfel noch eine schönere Aussicht gesehen. Einen wunderschönen Blick. Vorüben ist Bernstein. Ein wunderschöner See. Ein Stausee. Im Tschechischen. Und im Hintergrund haben wir einen Fichtelberg. Da wo die schwarzen Wolken sind. da ist der fichtelberg super da wären wir dann über 1000 meter gewesen jetzt sieht es ganz schön ist ein traum sondern geht immer tiefer hat sich auf jeden fall gewohnt hier hoch zu klettern ja wir sind auf den berg hochgeklettert und wer weiß denn wo unser auto steht nämlich ganz beim see da unten ist es doof da müssen wir jetzt wieder runter was ich lux sehen wollt den kindern hat es auch gefallen oder abgestürzt die fläche so an trepste stamm ich will das nicht guck mal da ist sogar nicht mehr frülle von wir werden auch heute noch was lustiges haben und wenn lasst ein like wenn ihr weiter solche lustigen videos sehen wollt auch na gut jetzt reicht's tschüss gut festhalten der abstieg ist schwerer wieder aufstieg obwohl ich mich runter werde gefreut habe ok mama halt dich am baum fest warum muss ich unbedingt der letzte sein warum muss ich unbedingt der letzte sein ich will jetzt auch ein bisschen groß sein da war auch ein bremsbaum das ist schön wenn ihr solche lustigen videos sehen könnt ach guck das war dein spruch hallo hallo youtube war ich mit hier unten ja dann weiter los weiter runter ins tal ohne abstürzen na los weiter ich bin der letzte ich bin jetzt vorletzte los jetzt skifahren und schnee los wer zuerst unten ist kennt ihr paluten dann lässt einen like man hätte vorne den normalweg wieder gehen können aber ich kenne da eine abkürzung ihr haltet mich auf wenn ich komme haltet mich haltet mich haltet mich hier ist ein baum und schlösser cut klappe tatsächlich das ist das ist das ist das ist das ist das ich bin ich mich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020